hallo und herzlich willkommen bei red dog gamble ich bin heute wieder was ich rede doch schon die somit in der aufnahme ja wir spiel ich bin heute auf die nach dem ticket und heute das spiel sein sei ja aber kenning keys of so die jack ich habe schon runtergeladen das waren zwei gigabyte bisschen groß für ein handy spiel aber mal reinschauen ich starte das spiel die steuerung ok nice ok zulassen was ist das für ein v hier warum ist das so krass ich mach mal Sound an 50 ich höre hier mal noch nichts oder ist da kein Sound dabei das kann ich mir gar nicht vorstellen ok da ist noch mal ein kleiner update 2 gigabyte runtergeladen und dann immer noch ein update aber ja wie groß ist das spiel ich hoffe das lohnt sich auch also die zeit läuft ja jetzt glaube ich schon sobald ich in dem spiel drinne bin also updates gehört ja mit dazu 177 megabyte naja ok das war noch nicht ganz zwei gigabyte aber bestimmt jetzt dann mal ein bisschen warten und warten warten ich hoffe mal nicht dass es so ein spiel mit den aufbauen aber ich glaube ich hätte hatte da was gesehen dass das nicht so ein aufbauspiel war du rennst da irgendwie immer herum so wie das eine spiel ich weiß jetzt nicht mehr wie das heißt da wo man dann lang läuft und dann halt gegen die feine kämpft so wie ein rpg game was rpg weil sich dann nur die rüstung halt immer verbessert aber genau das werde ich jetzt gleich sehen wenn die zehn minuten nicht schon vorher um sind bevor das spiel richtig heruntergeladen worden ist ach noch ein update tippe zweimal um das video zu beschleunigen wenn die story gespielt wird ok aber wir schauen uns die story an warum hat er so ein ding auf dem rücken wofür klatschen 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 Runde 1. Ah, ein rundenbasiertes Spiel. Rundenbasiertes Spiel. So wie Final Fantasy. Wow. Und schon dort. Sie müssen hier leben. Das war das. Das war's. 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 Und dann... Und... Das war's. Das war's.